Yo, Peace, Freunde. Was geht ab? Ich bin Lokund und wie ihr seht, sind wir heute wieder zusammen in Notruf Hamburg unterwegs und suchen uns mal einen kleinen Borchel-Server aus. Bei mir ist es gerade recht früh. Das heißt, die ganzen Server sind alle noch relativ leer. Wenn ihr natürlich neu auf dem Kanal seid, würde ich dir gefallen. Lass doch ein Abo da. Und wenn du schon länger auf meinem Kanal bist, schreib mir in die Kommentare, was du am besten in dem Video fandest. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, wir sind auch direkt drauf. Naja, oh nur 37 Leute. Holen wir die noch ein, Leute. Wir machen unser Auto heile, also ne. Wir bleiben erstmal beim ADAC. Äh, äh, nö, keine Zeit. Ah, Leute, Geisel ist ja langweilig. Geisel sein. Ah, was geht hier ab? Das ist illegal. Oh, Polizia. Loco weg, Loco weg. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, geh ich hier weg. Auf gar keinen Fall, geh ich hier weg. Na, du kein Polizist, wirst du hier weg jetzt. Auf gar keinen Fall. Ich mach dich gleich stumm, Junge. Nehmen Sie doch. Ich wollte gerade sagen, guck mal lieber, sieh zu, dass du da deine Verhandlung betreibst, deinen Kollegen da rausholst. Ich möchte 8K. Ja, okay, übertreib doch völlig. Hallo, du bist aber alleine, ne? Hallo, Digga. Erstens ist das und zweitens er hat nur eine Geisel. Freie Flucht wird auch schwierig. Ihr könntet ihn jetzt schon übermannen, weil ihr zu zweit seid rein, theoretisch. Rein theoretisch. Hallo, wie... Hallo? Ja. Also, gerade wenn er sich... ... dir den Rücken zudreht, dürftest du ihn tasern. Ich hab einen Geisel, wenn du eine Fail-Appe machst. Was? Ich hab einen Geisel, wenn du eine Fail-Appe machst. Ja, wenn du den Rücken zudrehst, du bist alleine, Bro. Eine Geiselnahme alleine ist super risikoreich. Das ist jetzt... Nein, das ist kein Fail-Appe, Bro. Jetzt hast du sogar zwei... Du bist raus, Bro. Die Geiselnahme ist zu Ende. Hier sind zwei Cops. Die Geiselnahme ist zu Ende. Da sind zwei Cops. Du bist alleine. Das ist Fail-Appe. Das ist Fail-Appe. Das ist Fail-Appe. Jo, das ist fettes Fail-Appe, Bro. Fettes, fettes Fail-Appe. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn. Ja, ja. Ah, Leute, ihr müsst schneller sein. Ah, Junge, du gehst so ins Gefängnis. Ich schiebe, ich weiß nicht. Ja, mach doch. Schieß mal. Will ich's sehen. Äh, geil. Okay. Ja, rückwärts können wir auch geblitzt werden, glaube ich. Egal, wir verfolgen den Mai. Ja, hinten Pferde, Leute. Ist sogar einmal umgedreht. Auch noch Combat-Logging. Geil, Leute. Er hat sich einfach ausgeloggt. Was, ein Knecht. Ähm, respawnen müsste er denn aber trotzdem. Er hat sich ausgeloggt. Er hat sich ausgeloggt. Er hat sich ausgeloggt. Er hat sich ausgeloggt. Combat-Logging. Okay. Weiß nicht, ob er wieder reinkommt. Dann müsste er ja hier irgendwo spawnen, oder? Wo ist eigentlich die Blau-Gang? Was für eine Gang? Die Blau-Gang. Die Blau-Gang da. Ja, nur keine Ahnung, Mann. Ich bin in keiner Gang. Gut, Leute. Ich glaube, der ist weg. Also, ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Wir gehen raus. Also, wir gehen woanders hin. Aus der Situation raus. Wir sehen uns beim nächsten. Wir holen uns mal, äh, den SIK-Job. Boah. Was ist hier los? Was geht hier ab? Alle gebannt. Alle gebannt. Alle gebannt. Was ist denn das jetzt? Wieso gebannt? Wegen dem Polizei-Präsidium wäre das auch wahr. Ihr werdet alle gebannt, die jetzt Polizisten sind. Mal ehrlich. Gattels, bist du deutsch? Alle weg. Loco. Alle weg. Bist du deutsch? Loco. Wegen Luciano. Loco-Chicken. 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 Loco-Squad. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Loco-Chicken. Okay. Macht weiter. Loco-Chicken. Macht weiter. Findet das gut? Ja. Klingt nice. Cool. Ich bin nicht deutsch. Loco-Chicken. Loco-Chicken. Wie klinge ich denn für euch? Ja, wie klinge ich denn für euch? Nicht deutsch. Nicht deutsch. Wie eine Ratte, ja? Wie eine Ratte? Wie eine Glory-Horn bedient. Oh, jetzt wird's aber persönlich. Loco. Ja, mit deinem blauen Haar, du Groove die, du, ne? Ja, eventuell. Ey, ist das ein echter Wunsch? Harspickets verschickt. Paffen zum Zweck. Vom weiter Trap. Nach hinten das Gapenonat. Also warte ich mal, wenn's Klingfraht ein. Fuck. Nach Autos, Soundtot, Handy, Lotus, mein Film. Küffel, Hupons, Bliffe, den Sch... Gut, Leute, ich denke mal, ich sag mal kurz, dass die irgendwie, wenn hier ein Owner drauf ist, äh, weggehen. Ich denke mal, es sind die, die in der Gruppe waren. Äh. Ich gebe ein Kaffur verlassen. Ich gebe acht Kaffur. Hier, ich finde sie pretty, okay? Junge. Ich habe vier Namen, ich weiß, wer es war. Der war's? Er. Weiß nicht, aber beim Gefängnis waren vier Dudes, die müssten jetzt gleich kommen, wenn sie denn hierher kommen. Die waren das hundertprozentig. Drehst du gerade ein Video? Ehm, gratis Pause, aber ja. Drehst du gerne festgenommen. Aber wird es escalated, Küki. Drehst du mich leider schützen vor ihm. Ich habe Angst hier. Also, wenn ich oder was, wenn eine andere Option macht keinen Sinn. Ey, ich will eh keine irgendeine Diktatur hier. Ich muss mich schützen, wir sind Schüsse gefallen. Ich dachte, sie sind beim Bodyguard. Erik. Ich bin Schütze. Ich bin Schütze. Na, nein. Loco, knie dich hin. Ich kann mich nicht hinknien, aber warte. Ich will was anderes. Ich habe nichts in den Knie. Ich habe nichts in den Knie. Komm, komm. Mach den Dittler von ihm. Wollen wir uns mitschreiben? Ich würde eins schreiben. Erik, Erik, geil, geil, geil. Um geht's. Abstimmung. Erich wird's. Abstimmung. Einzel in den Chat, alle. Ja, alle. Ich gehe. Keine Ahnung, wofür wir da gerade... Ey, miso, was geht ab? Hallo? Hallo? Deine Stimmbänder. Redet hier. Hallo? Kannst du deine Lautsprecher ausmachen? Hast du Kopfhörer? Man hört alles doppelt. Oder jetzt nicht mehr. Jetzt hast du's gut gemacht. Ja, der echte. Der aller echte. Ich fahre. Ja? Bin ich schon ein Video? Ja, ganz kurz. Was geht hier ab? Uh. Kann ich mitmachen? Was geht hier ab? Ey, kannst du mitmachen? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Okay, warte. Ich gebe dir nicht. Warte. Wie viel brauchst du? Was macht ihr? Was sollst du überfallen? Ja, wie viel brauchst du? Pelé, Bruder. Pelé. Wann wieder Fußballkarriere? Okay, ich gebe dir 8000. Egal. Der kann mir kurz helfen. Ich habe einen Waffenschon. Ich habe Waffenschon. Ja. Das ist Hosentaschen-RP. Das weißt du. Das ist Hosentaschen-RP. Das weißt du. Hallo, hallo, hallo. Mit welches Auto fahren wir? Und in den Porsche. Ich mache Witz. Ich kann nicht mehr rein. Ja, komm mal rein. Komm bei mir. Komm bei mir. Wohin? Porsche, wir fahren sofort zur Polizeiwaffe. Okay. Ja. Ja. Dein. Ich habe den umgefahren. Ja. Oh, egal. Sorry. Leute, ich habe sie hier einfach reingeschlichen. Ich gucke mal, was sie vorhaben. Von hinten leiden. Schlau. Okay. Okay, von hinten. Schreck nochmal alle ein. Ah, lol. Komm, wir fahren von hinten. Von hinten. Von hinten. Jetzt geht's los. Äh, Käffchen. Käffchen. Straßball. Stopp. Stopp. Das war euer Stürm jetzt? Das war euer Stürm? Ich bin enttäuscht. Oh, Alter. Ui. Ah, warte. Ich kann nicht mit euch reden. Ach, nee. Wie dann muss ich denn hier? Ach, es ist wichtig. Gegen dich gehen Beschwerden ein. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Dann musst du mich bannen, wenn ich die Beschwerden eingehen. Zum Beispiel. Was passiert hier? Was passiert hier? Alter, du machst VDM. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich bin ja nicht mal mit meinem Auto hierher gefahren. Oh, naja, okay. Dann war das eine Liebe trotzdem, danke. Bitteschön. Aber könnte schon sein, dass ich das war. Ist nicht unwahrscheinlich. Also, warte mal. Du meckerst mich gerade wegen Fail-RP an, Bruder. Guck mal, was hier abgeht. Ja, ich weiß nicht. Wegen VDM, Bruder. Wegen VDM. VDM. Alex, Bruder. Alex war sein 31er, merke ich mir. Oh, erwischt. Genau gehört. Ja, lief doch gut, Alter. Ich fahre schnell. Oh, Combat Logging. Combat Logging, bam. Ja, ist geil. Feier ihn. Hast du ihm denn seine Rechte schon vorgelesen? Oh, er läuft, er läuft, er läuft. Oh, er ist selber erledigt. Heilige Mutter Maria. Und auch Combat Logging. Polizist hat's auch erwischt. Ey, Paul, komm mal kurz mit, bitte. Paul. Ja, ich komm mit, ich komm mit. Alex, der, guck mal den an, hier. Alex. Alex. Bleib mal kurz weg. Alex. Wie schickst du, den hasst du? Was ist los? Wie schickst du, der hasst du? Ey, er schaue, kriegt man auch einen Rang? Ja. Ist es noch zu, Kollege? Ja, den kriegst du dann gleich, aber erstens müssen wir das alles erklären, dann kriegst du den Rang. Leute, das ist der 31er. Alex. Na, nee, aber das, was, ich guck dann, ich, äh, schreib dich dann nochmal an. Hey, Raffi? Ja. Ähm. Und dann. Alex, hm? Geht's dir? Ich sag ganz ehrlich, Leute, heute war es gar nicht mal so schlecht dafür. Ganz ehrlich, wir haben mit mehr gerechnet. Wir haben von den Gangs mehr gerechnet. Der Erik war nicht beliebt unter den Gangs, dass er jetzt an die Macht kam, dass, na klar, es war klar, dass es den Leuten nicht gefallen wird und das müssen Randale herrschen. Aber wir haben sollte gut geregelt, ey. Oh, yes. Dazu musst du uns sagen, ey, mach's den, komm mal kurz, komm mal mit. Ein paar, ein paar Hintergrundinfos nochmal. Das gibt's doch wohl nicht, den Mist. Okay, ab, wieder alle Gespräche müssen, guck mal, es ist ja auch rein. Oh. Wie viel XP hast du bei Polizei? Weiß nicht, irgendwas mit 30.000, glaub ich. Ich hab 45.000. Geil. Ey, Grippi. Ist dir gut? Nee. Blaubau. Der wurde von einer Bombe erwischt. Nee, wurde nicht. Rain. Wie heißt der, wie heißt der? Warum sitzen sie denn auf einmal hier? Haben sie etwa die Bombe gezündet? Ey, was ist denn hier los, ey? Achso, Leute, wieder mit dir. Oh. 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 Feuerwehr. Hilfe. Hilfe. Das ist, äh, mit mir passiert. Ah. Weg ein. Weg ein. Weg ein. Ah. Leute, wir verfolgen eine Katze. Hallo. Aurel, bleiben Sie bitte stehen. Das ist nicht regelkonform, was Sie hier machen. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein, den Sie bestimmt im Lotto gewonnen haben. Ja, war mir klar. Oh Leute, rein, verfolgen. Der BMW auch, ich sehe nicht. Katze muss es sein. Bam. Okay Leute, wir müssen Roblox, äh, mit Motorrad hast du halt mega Vorteile. Das ist halt nicht vergleichbar. Kann man den auf dem Motorrad tasern? Bist du noch hier? Nein, nein. Den kriegen wir, Leute. Ich bin zuversichtlich, irgendwie. Tschüss, ist der überhaupt Crime? Können wir jemanden nachgucken in der Zeit? Können wir den verhaften? Nee, der soll mal Crime machen, während wir ihn verfolgen. Der hat mal Crime, Bro. Der macht es auch Spaß wenigstens. Das ist das langweilig, ey. Wir fahren mal woanders hin. Gut. Jemand nicht will. Ich muss mal kurz tanken. Bin nur noch bei einem Leader. Guten Tag. Hallo. Wie geht es Ihnen? Oh, muss ja, muss ja. Oh, schönen Benzer fahren Sie hier, ne? Joa, ist ganz schnieke, die Karre. Ich glaube, ich glaube, das fährt meistens so immer die Kriminellen hier. Sind Sie etwa kriminell? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, muss ich mir keine Sorgen machen bei Ihnen, ne? Ich bin hier BWL, just so ist die Karreifung von meinem Vater bekommen. Ah, okay, ja, verstehe. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt, ne? Jo, ebenso, genau. Fröhlich, Servus. Servus. Okay, das war schon wieder funny. Das wäre was cool. Ein bisschen mehr IP als ich dachte. Dö, 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 dö. Erzähl mal was. Das ist der höchste Raum. Ah, okay, nice. Wie lange seid ihr schon dabei? Uh. Ne, ö. Alter, das schmiert ja richtig. Seit fünf, sechs Tagen. Ah ja, geil. Leute, wir machen mal kurz IP. Warte mal. Wir müssen mal kurz, wir rufen mal Feuerwehr hier. Oh nein, wir müssen mal jetzt absperren. Jetzt müssen wir absperren. Ja, wir machen mal. Wir machen das mal für die Feuerwehr, bis sie da ist. Wir machen das einfach mal. Übernehmen hier. Wir machen das schon da. Sehr gut. Warte, warte, warte. Immer ab der Kreuzung. Ah, da, weil das Auto da am Weg ist. Okay. Okay, Leute, jetzt warten wir mal auf die Feuerwehr. BWL-Student fährt auch noch mit Papis Karre weg. Und wir warten mal auf die Feuerwehr, bis gleich. Down, when you're going down, down. Da kommt die Feuerwehr, Leute. Von hier unserer Gang ist wieder da. Unsere Gang ist wieder da unten. Hm, welche Gang? Ähm, bei, ähm, da bei Oso, die da. Ach so. Hallo. Guten Tag. Dreh dich mal dabei, dann schleuderst du den Sand richtig. Dreh mal den Sand. Dreh dich dabei, dann schleuderst du den Sand richtig. Du musst kippen und so machen. So machen. So machen. Wenn du das jetzt machst, dann bist du im Video. Ja, genau das wollte ich sehen. Geil, Leute. Okay. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, Leute, checkt doch unbedingt die Beschreibung aus. Vielen Dank an Yesu. Oder Grüße an Fanny und an den Server hier. Ich zeig nochmal. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten zwei... Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten zwei Videos, Leute. Ciao, ciao. Und checkt unbedingt die Beschreibung, da findet ihr meinen Discord. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten zwei Videos und bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal.